Impfung gegen Blasenentzündung, geht das tatsächlich? Das geht und ich kann es nur empfehlen und der Impfstoff heißt Strohwag. Den benutze ich gerne, habe super Erfolge damit und es funktioniert folgendermaßen. Es werden abgeschwächte Bakterien geimpft und zwar meistens entstehen ja die Harnwegsinfekte durch falsches Wischen zum Beispiel oder dass irgendwie Darmbakterien in die Blase gelangen, die Harnröhre hochkrabbeln und kehren auch immer wieder. Natürlich prinzipiell nimmt man erst mal ein Antibiotikum und beim zweiten Mal auch, aber spätens mal, wenn so eine Harnwegsinfektion zum dritten Mal wiederkehrt, sollte man sich impfen lassen, nach einem Jahr dann ein zweites Mal und dann hat man grundsätzlich Ruhe. Die Impfung gegen die Blasenentzündung sehr zu empfehlen und wenn du mehr wissen willst, folg mir.